ja komm gibt gas meine fresse noch mehr zeit genau euch auch nicht mehr lassen vorsicht und weg nummer 2 wir sehen wie gechillten entspanne ich einfach an dem sein schlanker vorbeigegangen bin jetzt kommt der scheiß kollege wieder da stimmt dabei ja was ja den schaden habe ich extra eingesteckt jetzt gerade okay ja ich wollte halt war geplant dass ich hochgehe und mich dann von oben auf ihn runter fallen lassen ich habe den drachen von mit meinem pfeil auch nur zwei schaden gemacht ne da geht es ja nicht lang was so stimmt ja müssen wir hier weiter ich gucke mal ob ich den ach so du machst es schon okay alter einer down die tanditschoppe weil die spiel die mistfücher spei nämlich auch vorher ich weiß das habe ich auch schon rausgefunden aber da bin ich nämlich vorhin in einem flammen strom gewesen ach schade um die tanditschoppe egal wer ist down was will man mehr tanditschoppe ja klar kannst du gut sachen aufleveln ach du scheiße wie hoch muss ich denn jetzt hast du den drachen getriggert oh sorry alter ja ich wollte nur auf die dings gehen auf die hier treffe ich den noch kaum absetzen jetzt durch rennen nee wir machen den jetzt kalt sonst haben wir gleich probleme mit dem und dann noch mit diesen komischen viechern da weißt du oder dass man zumindest dann da hinten die viecher da triggert dritt mal zu weit ich weiß doch einfach nicht ob ich die ne ich treffe die nicht ey die sind zu weit weg halt dich mal lieber gucken ob ich den drachen her holen kann natürlich will er nicht natürlich will er nicht ja getroffen komm schon alter trau dich hierher du scheiß viehmann ich würde gerne näher kommen aber ich will nicht unbedingt den drachen hier jetzt aktivieren na alter trotzdem ruhig mit drauf schießen das ist aber auch so blöd weißt du wenn du die drachen 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 googern die drachen komm her aber vorsicht rechts ist abgrund das weiste ja nicht dass du dorthin ausweist und ich bin generell eher jemand wenn er die wahl hat zwischen links und rechts dann eher links da waren sie noch zwei den beiden die sehen wir nicht weil die auf der linken seite quasi sind sie können jetzt schmerz aufmachen werden was ich mache sie noch nicht mal lebensbalken nicht hin treffe den tragen ja ich auch nicht okay der ging vorbei was ist links da der schutt kann man doch hoch weil es auch nicht wie die flammen dann von ihnen schießen wird zum schluss kommt hier hoch etwa knapp ja dafür schützt da den turm quasi alter frame einbrüche man durchlaufen ist machbar dann haben wir aber die beiden komischen rinos dann ist das einfach mal am sack und je nachdem wie weit wir laufen aber noch magier am sack der sind komischen katana typen beschwört wir können probieren durchzulaufen dann kümmere ich mich um den magier um den katana typ okay ein bisschen hoffen dass die rinos uns nicht erwischen soll ich vorrennen da du wartest bis ich dann drüben bin da kommst du nach oder wie erst mal irgendwie der drache triggern dass er feuer spiel ja deswegen dann hätte ich halt quasi vor du wartest bis er fertig ist und bis ich drüben bin und dann kannst du den trickern und rennst nach weißt du das denke ich sicherer als wir zusammenlaufen und dann achtung wo die kannst du das ganze gut blocken mit dem schild okay also hier bin ich jetzt safe alter jetzt muss ich nur noch erst mal okay der drach ist weg schützen positionen ne danke aber nicht dass wir die list hat der drach ist weg nicht erst auf einmal ja das sind zwei müssen auch komm schon ich wollte doch nur einmal zu schlagen geht er weg ich hab dir gerade den arsch gerettet würde ich behaupten ein hoch auf das schwert mit deiner reichweite funkel titanit wird seine drachenschuppen dingsbums lieber gewesen so pass auf da beschwerde jetzt gleich den katana typen da jetzt rechts um ecke ecke und da hinten ist der sympt darst hat meine seelen au au aua alter wtf vorsicht ich konnte echt er hat gar kein katana das ist ein rapier ja den hat er gerade bei mir auch gemacht wir haben da 100.000 zählen wie der richards rapier war das jetzt können aber ein leuchtfeuer her hinkommen leuchtfeuer wäre jetzt ganz geil nach diesem scheiß weg bitte keine ahnung wo es dort angeht was ist hier um den fahrt des drachen zu beschreiten darf die große glocke nicht geläutet werden nichts wird verbleiben sobald die glocke geläutet wurde ich bin auch ein boss areal da hinten aus items wenn hier ein boss areal alle daten ist alles voller gegner kann ja bitte ein leuchtfeuer sei leuchtfeuer alter okay wenn du den wenn wir den rapier tippen und den magia cut gemacht haben kommst du zum leuchtfeuer zum nächsten das ist schon mal ganz geil dann komme ich mal zurück zum anderen leuchtfeuer dann gehen wir den weg noch für dich 112.000 zählen ja ich habe 65.525 wollen wir einmal aufleveln geht damit die schon mal sicher hast ja gut wäre vielleicht nicht schlecht apropos ich habe mal überlegt wo ich die arsche gefunden habe beim feuerband schreien und zwar da wohl hinten wo du gerade das aufleveln konntest da habe ich die arsche gefunden die muss das sein die war bei mir war nicht da ich habe da ja nachgeguckt das kannst du dann auch im video sehen so ein level reicht für mich kondition jetzt gehe ich gerade mal eben noch gucken bezüglich waffe aufleveln ob da was geht ne 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 titanitscholle brauche ich dich dafür titanitschuppen was kann ich da alles aufleveln und das großschwert vom wolfsritter quade 208 838 hm das war schon eine überlegung wert lohnt sich das dann auch ich brauche noch drei titanitbrocken wie sieht es mit dem schild aus funkelt titanit jawoll was brauche ich denn zum um meine pyro fähigkeiten die sollen wieder aufzuleveln oh scheiße ja dann muss ich auch erstmal gucken was ich da brauche titanitbrocken ich habe die seelen ja ich hoffe jetzt einfach mal alles leuchtfeuer verstärkt ne ich glaube er ist einfach mal das moonlight ja gut magie ne kriegen ja nix komm oh titanitbrocken ich könnte pyromantieflamme verstärken schwere ich jetzt nochmal holz ritter ich bin gerade am überlegen für das achievement wo man so ziemlich alle durch wir also alle verzauberungen auf waffen machen muss gerade am überlegen ob ich die gerade alle machen soll alles was ich verzaubern kann quasi verzaubern ne mache ich nicht hast du was neues kollege nein theoretisch könnte ich mir noch ein paar level ups holen weil ich noch die ganzen zielen habe wenn du willst kannst du das machen da kann ich auch noch ein level up machen äh ich lager die seelen jetzt erstmal ein auch übersicht in meinem inventar drachen kopf stein drachen kopf verlangen drachen haufer strömen also er bringt ja noch nichts du brauchst das komplette drachen stein set die rostigen münzen habe ich auch nie genötigt die köder schädel die habe ich doch auch immer gelagert warum habe ich die schon wieder so ich habe jetzt übrigens noch ein level up gemacht gehabt ich habe jetzt übrigens noch ein level up gemacht ich bin jetzt 89 da ist in ordnung mal gucken oh wenn ich gerade noch beim feuerband schreiben bin ich schaue mal stellen nach einem riesenbombsamen keine schlechte idee mache ich gleich auch noch ach nebelwand lass mich durch ne ich habe noch kein aber ich habe gerade gesehen ich habe eine im inventar veranest du will auch 3 1 2 und das 4 4 Dann spiel nochmal ganz kurz allein in der Halter, ich bin sofort wieder da. Jo, alles klar. Bis zum nächsten Mal.